Gefragt-gejagt-star Nagorsnik tot. Fans entsetzt über die ARD. Ein Schock für die Fernsehwelt. Gefragt-gejagt. Promi Jürgen Nagorsnik ist verstorben. Der tragische Tod des bekannten Fernsehpersönlichkeiten Jürgen Nagorsnik hat die Fans in tiefe Trauer versetzt und die ARD unter Druck gesetzt. Nagorsnik, eine gefragte Persönlichkeit im deutschen Fernsehen, besonders beliebt durch seine unverwechselbare Rolle in der Quizshow Gefragt-gejagt, wurde mit seiner plötzlichen Abwesenheit vom Bildschirm vermisst. Die schreckliche Nachricht über seinen Tod wurde erst vor kurzem durch eine bestätigte Quelle aus dem ARD bekannt gegeben. Jürgen Nagorsnik hat in seiner Karriere in der Unterhaltungsbranche viel Anerkennung und Lob für seine beeindruckende luzide und charmante Bildschirmpräsenz erhalten. Seine Rolle in Gefragt-gejagt war die eines Jägers, der die Kandidaten mit seinem umfangreichen Wissen herausforderte und die Zuschauer in seinen Bann zog. Die schockierende Nachricht verursachte bei den Zuschauern tiefe Bestürzung und Trauer. Es regnete Botschaften des Bedauerns und der Wertschätzung in den sozialen Medien, wobei Fans und Kollegen gleichermaßen ihren Respekt vor Nagorsniks unermüdlichem Engagement und Talent zum Ausdruck brachten. Seine plötzliche Abwesenheit von der Show veranlasste Anfragen und Vermutungen über den Zustand des TV-Stars, bevor die verheerende Nachricht bestätigt wurde. Die anhaltende Stille der ARD inmitten der zunehmenden Bedenken und Fragen um Nagorsniks plötzliche Abwesenheit hat jedoch zu Spekulationen und Kritik geführt. Das Feedback wurde schließlich in einer offiziellen Erklärung des Senders adressiert, in der seine Kollegen und Fans über den unerwarteten und tragischen Verlust von Nagorsnik informiert wurden. Die Verzögerung in der Offenlegung der Informationen hat jedoch die Fans entsetzt und sorgt für wachsende Kritik am Sender. Sowohl die Fans als auch die Kollegen von Nagorsnik haben Unmut darüber geäußert, dass sie über seinen Fehlen und seinen Gesundheitszustand im Unklaren gelassen wurden, bis die Trauerbotschaft ausgestrahlt wurde. Die Frage, warum die Informationen verzögert wurden und das Fehlen einer angemessenen Wertschätzung für den verstorbenen Star hat verschiedene Diskussionen und Anfragen von den Fans und der öffentlichen Naturschutzgemeinschaft nach sich gezogen. In Anbetracht der Schwere der Situation und der wachsenden Kritik wird es für den Sender unausweichlich, auf die Fragen der Zuschauer zu reagieren und geeignete Maßnahmen zur Ehrung Nagorsniks zu ergreifen. Zudem bleibt die Frage, wie die Show nach dem Verlust einer solch wichtigen Persönlichkeit weitergehen wird. Nagorsniks Präsenz hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Dynamik der Show und obwohl das Leben weitergeht, wird es unweigerlich einen gewissen Einfluss auf die zukünftige Richtung der Show haben. Jürgen Nagorsniks Tod ist ein großer Verlust für die deutsche Fernsehwelt und hinterlässt eine spürbare Lücke. Seine Beiträge zur Unterhaltungsbranche durch seine jahrelange Karriere und seine herausragende Rolle in Gefragt gejagt werden in Erinnerung bleiben. Die deutsche Fernsehwelt wird seine Präsenz und seinen unermüdlichen Einsatz vermissen. Unser Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihn kannten und schätzten. Seine Beiträge zur Unterhaltungsbranche bleiben unvergessen und werden fortbestehen, während wir uns an ihn als eine außergewöhnliche Persönlichkeit erinnern. Den Fans und der Fernsehwelt wird geraten, dieser schwierigen Zeit mit Solidarität und Respekt zu begegnen. Inmitten des Verlusts und der Stille ist es wichtig, das Leben und die Beiträge einer solch bemerkenswerten Persönlichkeit zu feiern und ihm ein angemessenes Andenken zu bewahren. In Erinnerung an Jürgen Nagorsnik, ein Stern, der vom Himmel gefallen ist, aber dessen Licht auf dem Bildschirm fortbestehen wird. Möge er in Frieden ruhen. Von Anita Farke, Dienstag, 14. Mai 24.